Nehmt diese Schriftrolle und steckt sie euch an einen sicheren Ort. Uli, darf ich dir was sagen? Ich habe Rhyse noch nie gespielt. Ich schon, Rhyse ist cool. Ich muss den Rhyse mal spielen. 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 Ja, mit dem darfst du nicht auf AP gehen, sondern mit dem nimmst du alles, was Mana gibt. Ja. Ja, starb des Zeitalters, starb des Seraphim, dann ist eigentlich schon GG. Dann noch Forsenheart, dass du Rüstung kriegst. Der ist einfach super tanky, macht super krassen Schaden und hat halt sein AOE. Und sein Minion-Clear ist einfach nur Legendary. Ja, durch seine Welt. Obwohl er noch relativ langsam angreift, das ist eigentlich das Problem. Was? Was? QW, QE, QW. Ich meine nur, seine Autohilts sind relativ schwach. Ja, weil die Passage ist halt richtig krank. Die Sonne geht immer wieder hummelnde Luft der Beschwörer. Guck mal, mein Skin, ne? Ja. Jetzt, warte. Guck mal, jetzt mein Skin. Hä? Bleib auf der Ruhe. Ja, das war das. Das stimmt. Stimmt. So behindert. Hab ich jetzt mit 10, ne? Warte, hier gleich nochmal. Warte, da vorne. Guck der, äh, guck der Leona mal einfach mal aufm A. Das erste Licht dämmert. Ja, nö, oder? 30 Sekunden bis zum einen der einen der einen der einen. Behinderung, ne? Das ist... Das ist... Das ist... Immer wachsam. Immer wachsam. Ich glaube, dass es... Dass es Klau von ihm so gewollt. Auserwählte der Sonne. Die Vasallen sind erschienen. Ich darf nicht fallen. Warte mal. All random all mit all top. Das heißt an Arab. Das heißt an Arab. Das heißt an Arab. Aram. Ich werde euch beschützen. Ja, wir spielen Arab. Ja, wir spielen Arab. Ja, wir spielen Arab. Wir spielen Arab. Arab. Arab wäre all random all bot und Arab wäre all random all top. Zu mir. Ja, wäre lustig. Das wäre richtig lustig. Gut, ich hab... Ja, ich hab doch lustig. Ich hab Rengar. Oh, die haben Kratik in meinem Team. Ich werde euch beschützen. Ich werde euch beschützen. Ich darf nicht fallen. Uhuhuhu. Der war knapp. Boah, das ist so hoch. Wie knapp hoch ist, was ich überlegt habe. Auserwählte der Sonne. Boah, ey. Der geht aber auch noch nicht. Der Rengar ist gleich gut, Alter. 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 Das ist gleich gut. Wer ist Discrime? Nein. Er ist immer wachsam. Schau, zusammen. Vorsicht, Vorsicht! So ein Gerät, ja? Hoffentlich macht er noch was. Nice, jetzt weg, weg, weg! Ah, kacke! Scheiße! Was war das denn? Da hat's gerade die Minions mich gestoppt. Da oben steht's 1-1, da steht's 1-1. Hast du eigentlich den Kill bekommen? Ja. Von sofort her sieht's auch gleich aus. Ja, so in der Endeffekte liegt's jetzt nur an dem Farm. Die Sonne geht immer wieder auf. Ja, stimmt aber. Nieder ist da, hat's auch die Rolle nicht. Immer wachsam. Oh, ich... Ich hätte Telefock mitnehmen sollen. Fast zu viele Waves. Ich muss ja echt glauben, warum der Vollidiot hat mir hinterher geflasht. Was? 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 Wenn du hinterher rufst die Power durch. Einfach geil. Du kennst doch inzwischen die 9. Das ist ja für die Liste. Ich weiß nicht, wie ich bin. Gleich auf der Hut. Auserwählte der Sonne. Hm, das macht jetzt gar nix hier. Das ist doch alles eingefroren. Irgendwie ja. Immer wachsam. Obacht, Kha'zix. Der ist LL4, oder? Ja. Wurde, der Kha'zix ist LL4. Ja, der Gegner. Ich darf nicht fallen. Oh, das gibt's noch nicht. Komm, Kha'zix. Ich werde euch bescheiden. Ich werde euch bescheiden. Ich werde euch bescheiden. Die Sonne geht immer wieder aus. Ich werde euch bescheiden. Ich werde euch bescheiden. Ich werde euch bescheiden. Einmal Lv6. Können Sie wissen? Ich werde議. Ich werde euch bescheiden. Ja, dieРИ. came hoch. Die Sonne geht immer wieder aus. immer wachsam ich werde euch beschützen ich werde euch beschützen du schnimmst halt auch schon es dauert nicht mehr lange, wenn wir ablevel 6 wirkt es langsam ja, halbes löse dann ablevel 6 kommt eh, finde ich ein bisschen zu kritischer du darfst nicht fallen wo ist er? ok kommt nur so pro gleichen Speer aus und das irgendwie entlohnen boah, er hat eine wenig Chance Ich werde ihre Linien durchführen Ich werde ihre Linien durchführen Ah, gut Da wollte ich mal Oder ich Ja Alles doch nicht zu wenig Ich will erst mit dem Geld Unglaublich Ich warte noch kurz Zum Gold So Ich habe doch jetzt meine Gold Das macht es sich nämlich ein bisschen leichter zu verheißen Die werden die ein bisschen zu verpauchen Das erste Licht dämmer So, Kassel geht wieder raus Also, unserer Er hat jetzt auch seine Flügel gemacht Das hätte er nicht machen brauchen Wenn er mehr Sinn gemacht hätte er sich als erstes die äh Die Gold dafür gemacht Genau Ja Geht Immer wachsam Die Sonne geht immer wieder auf Ja 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 Nein Wie knapp war Ja Wie knapp war Was ist der Na Mach der im Ach Bestimmt ist ja Stunten Es musst schon mal Wenn er so schön stunten können da Die App war der Neid, ja. Wer hat den Winkel, ist das? Ach, Renger. Ich werde euch beschützen Das BF schwarzen Zu mir Ich weiß nicht genau wo ich gerade bin Das ist gut Auserwählt vergessen Danke Sorry Nicht so schlimm Nice Du brauchst ja auch ein bisschen Kohle Stütze mich nicht Der Kha'Zix hat seine Queue gemacht Er hat seine Queue gemacht Er hat seine Queue gemacht Der Kha'Zix hat seine Queue gemacht Immer wachsam Ein Gegner wurde getötet Gut Das erste Licht dämmert Weg und er da unten passt Was ist das? Bleib auf der Ruh 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 Die Ultrons sind total verkackt von denen Die Ultrons sind total verkackt von denen Das war nicht knapp, das war voll Ne ne das war aber kein knapp Geht Und er war noch auf dem Weg Verdeckt Gut Gut Geht noch weg Geht das ist leichter langer 1 2 2 was hast du? Du hast 2 1 1 und die anderen haben 0, 2, 3 und 3 1 0 und Beeps wird vorgegangen immer wachsam ja, die sind nicht mehr das muss ich gleich ändern aus der Welt die sind nur auf dem richtigen Moment erwarten aber nur so hoch nicht so schlimm haben doch beide gekriegt also ja, ich wollte den anderen eigentlich stunnen ich habe gesehen, ob das der sowieso stirbt dass wir ihn nicht erlebt haben oh mein Gott ja ja, ich bin fast doch ich habe mir erzählt, ich kriege das fast mehr so lange ich Gold kriege ja, wir haben radikal zu schniv gleich ich bin fast zu tun sie heute hat man einen mapa zu schnitzen immer wachsam ja, weg, der Dragonward ich guck mal ganz kurz, dass der Blue da ist ja, ich kann ja, das ist klar ja, wir lassen uns den Blue jetzt mal schnelle schnacken Nein, ich glaub ich hab's. Passt. Ein Gegner wurde getötet. 1.000 Gold wieder. 1.200. 1.300. Ich darf nicht fallen. Das geht jetzt so lange bis ich BF-Sword machen kann. Wir moddigen jetzt weg. Wir moddigen die Skull. Nice, nice, nice! Yes! Ah, schade. Ich wollte es dann, aber es hat nicht mehr gereicht. Habe ich noch mal ein Test bekommen? Ich hab mich direkt getötet, wo er dich getötet hat. Ich hab auch noch irgendwas gemacht oder getan. Wir dämmen uns herum. Nope. Not today. Die Sonne geht immer wieder auf. Was hast denn du eigentlich so bisher? Natürlich, ich war's okay. Ich kann doch deinen Bild von Korb. Das ist ja nicht so. Ich darf nicht fallen. Ich darf nicht fallen. Ich darf nicht fallen. Ich hab ja schon das Auge. Ich hab ja schon das Auge. Oh, hier kurz warten. Vielleicht kommen die. Mit mir ist ja. Mit mir. Also, da haben wir gerade einen guten Begründungs Komitee an. Oh, wie war ich so? Boah. Oh nein, Modi! Modi, komm, ich hab das gebet, ich hab das gebet Ich hab das gebet Nein, ich hab das gebet Okay, komm Ich hab dich am Antworten Was ist das? Hau, die Hälfte, die Hälfte Ah, mach Der Mord nicht direkt, der ist nicht Ah, die Hälfte, die Hälfte Ja, das ist Hälfte Ich hab Kramer, ein Item! Ein Core-Item! Ich könnte nochmal weggehen, ich könnte mir nur ein Blitz dabei sein. Ich hab noch nie begonnen. Ich werde euch bitten. Nehmen wir mit. Ey, diese Long-Range-Teile da. Ich sterbe. Stopp, ich hab noch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, oh, oh, oh. It worked. No, it didn't work. Ich hab mich weg. Ich hätte früher reingehen sollen. Was war Kassik? Wie hast du? Ne, der Kassikste hätten wir doch unterbiegen sollen. Jetzt doch hätte er. Ich hätte sie nicht. Ich hätte sie jetzt. Ich hätte sie jetzt. Na, der Luz ist aber nur... Was war hier? Der hätte ihn doch verfreien können. Ja. Aber das kann man Luz noch springen. Er hätte auch hier rüber springen können. Oder hat er seinen Sprung schon eingesetzt? Ne, er hätte nicht springen können hier. Er hätte einfach hier rüber springen können. Unaufhaltbar. Wär sicher gewesen. Äh, so. Wenn ich die jetzt verkaufe... Dann reicht's mir noch nicht. Ja. Fuck, Diamant. Du wollte hinterbrochen. Wann hat er versucht? Wir sind zu gut. Nein, ich warte kurz. 15 Gold. Schon wieder. Uuuh. Terminiert. Uuuh. Zu mir. Ein Gegner wurde betätet. Ich hole mir mal den Blue für den Gegner. Das erste Licht dämmert. Was? Komm. Reiß mit dem Blue für den Torsten. Nee. Alter. Das ist ein Witz. Irgendwie. Das ist noch ein Witz. Ich meine, leise mal das nicht einer der 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 zum schämt luft. Schauen wir es doch einfach so Oh fuck Wir entgegenkommen wir schon immer schaffen, oder? Nee, da kann ich auch nicht so sein Ja, die laufen jetzt einfach hinterher Ach, das ist der Supporter, der ist lowlife Den könnten wir killen, aber Nö Den lassen wir einfach mal gehen Genau Und dann kommt ein weiße King Eben, die hat einen süßen Arsch, wenn sie im Gerüst drinsteckt Au, und das stimmt wiederum Wir hatten Drake, macht waren das wir, oder die? Wir, wir Wir Warte, ich guck noch kurz wann Boah, ich hab das in die Reaktion schon Ich darf nicht fallen Warum ist das nicht eigentlich? Nee Ja, ich hab den Chat irgendwann größer machen sollen 24 kommt er wieder Auserwählte der Sonne So Was Da kommt nix mehr Keine Ahnung wo das stimmt Knappe Minute noch Knappe Minute noch Bisschen mehr als in Minute noch Wollen wir mal die K6 auf damit natzen? Ich geb dem 2 Sekunden zum Überleben, Alter q A F MARTIN D Ju G D D D also noch T D D D D D D G D D D D No problem. Ein Gegner wurde getötet. Salution. Exit. Es gibt immer wasser. Es gibt immer wasser. Salution. Ja komm, glaub dann weiter. Ne, das ist der Gegner, der hat mich tölt. Aus dem Buschkopf nicht. Okay, da machen wir den. Bleib auf der Ruhm. Das ist ein Gebüsch. Egal, nur ich bin. Der Reis ist einfach zu fett. Der Koki auch. Die Leona auch. Ne, die ist nicht fett. Ich werde euch beschützen. Ich werde euch beschützen. Ekeljus. Hi, Freunde. Warte! Diee war nicht echt. Die ist voll cool, dass man so einen unsichtbaren Käfig noch verwischen kann. Der erste Licht dämpft. Ja, das ist gut. Das Ziel ist verglichen. Komm schon! Mach kacke. Habt ihr den? Nee, ne? Nee. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh mein Gott. Komm schon. Ja. Ah. Komm schon. Hm. 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 Wachsam. Warten. Hm. Wachsam. Wachsam. Duschen hat auch schon einige killt, ne? Auserwählte, der Son. Oh, dafür der Karasix die Nieder und der Midlaner nicht. Ja, und unser Ryle ist unser guter Undertaker. Einfach mal richtig. Borsche und Mordekaiser sind sowas von krank geworden. Können wir mal? Ja. I just do my job. I just do my job. Du auch nur mein Job. Ich putze einfach nur drauf. Ja, war so gut geworden. So, das können wir gar nicht. Ich kann festen, Alter, ohne Scheiß. Ich weiß nur warum. Ja. Das Tino in der Sked werden. In den Duden wurden getrimptet. Oh, ich hab den gedrückt. LOL. Ja, wo du dich rübergezogen hast. Nice. Ja, wo laufen sie denn hin? Oh, schade! Ja, ja! Die Gulen, die Gulen, die Gulen! Wer bekommt die kill? Hey! Hey! Komm her! Ah, ging am Ende nicht mehr.